hallo und herzlich willkommen bei let's play outlast hallo da sind wir wieder ich freue mich schon eine wirklich wieder angenehme stimmung hier ich liebe die laden vermisst habe ich es nicht nein muss ich jetzt zugeben so wir waren beim letzten war der typ abgeschmiert und dann sind wir in den keller gelatscht und hat uns der nette sieht aber nicht so tief aus ehrlich gesagt genau der nette mann hat uns abgestochen wie er immer jeden hallo sagen muss lalalala hier sind wir schon verkehrt da war das kleine flagge hier ist keiner gut schon wieder mega eklig das knirschen ja überall geräusche und so das niederlich da waren wir überall also müssen jetzt runter nach auf hier so jetzt lassen wir den netten mann in ruhe jetzt gucken wir erstmal okay jetzt runtergefallen ja sieht so aus zu dem hat ein paar treppen gespart lustig lustig tralalalala ja hier waren wir auch noch nicht der etage hier geht aber gucken hier ist auch eine treppe tja wohin denn jetzt gibt es jetzt hier so viele möglichkeiten hier war da ist sie ha 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 super jetzt weg irgendwo eine ecke schlüssel für den zweiten stock aufgenommen das heißt wir müssen wieder hoch kommt doch jetzt einer oder nicht ich höre nix normalerweise war das immer so ja aber ich habe jetzt hier auch noch bis jetzt noch keinen rumrennen sehen ja wir haben ja auch zufällig direkt den richtigen weg und hier hat es zum Glück war das natürlich wir sind immer irgendwelche schützigen Geräusche ich werde jetzt hier stehen so Ende bis zum nächsten Mal traurig ich will also wie es angeordnet müssen wir dann den zweiten stock schön schlüssel es geht ok das ist jemand nö der ist gut der rüder der beste Karte wird Geh weg! Kein Blut mehr, ja. Hier sind wir. So, Treppe hoch. Ah, wir kommen nicht die Treppe hoch. Ich lauf doch schon. Da in der einen Ecke steht der anderen. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Oh mein Gott, ich bin schon wieder so... Ich habe schon überall Gänsehaut. Ach, so ist es am schönsten. Ich sehe nichts, da brauche ich mich nicht zu erschrecken. So, ist er weg, ja. Geh nicht zu weit da rüber. Ja, ja. Da liegt was. Eine Akte. Ich möchte immer die da mal gegeneinander antreten lassen. Ja. Er scheint weg zu sein. Ja, ja. Hier ist stöcke düster, hier kommst du ohne gar nicht parat. So, wunderbar. So, Treppe hoch. Und hier rennt er jetzt rum. Irgendwo. So, und die Treppe hoch kommen wir nicht mehr, wir sind ja runtergesprungen. Ja, ja. Hier ist der Ausgang. Ja, probier mal, wir haben ja einen Schlüssel. Das ist schön und nicht wieder nach draußen. Sie hat gesagt, so einen zweiten Stock und nicht raus. Das hat er doch gesagt, oder? Ja, da stand der Schlüssel für den zweiten Stock. Ja, dann müssen wir da oben. Mach mal auf. Ja, wir müssen hier in dem Idioten jetzt vorbei. Mal neu über die Reihe rein. Höp. So. Hier lang, hier waren wir nämlich noch nicht. So, mach mal auf. Hier auch wieder alle leckere Scheißhäuser. Die sind immer lecker. Und ich warte, wo wir eine entgegengesprungen sind. Ich komm, dann krieg ich einen Herzenfakt. Dann krieg ich einen Herzenfakt. Dann krieg ich einen Herzenfakt. Ach, ganz ruhig gewesen. 6. Wie war? Hast du wieder nicht abgezogen? Das ist Sau. Der wie ich. Die Batterie. Da lachst du gerade, oder? Ja, ich hab auch was blinken gesehen. So, hier aber jetzt. Auch nicht. Auch nicht. Scheißhäuser waren wir hier, waren wir noch. Und jetzt? Wollang? Da. Noch ne Tür, da sind wir hergekommen, ne? Ja. Ja, da müssen wir da langen. Lalalalalala. Danke. Okay. Da waren wir eben drin, ne? Ja. Oh, joh, 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 joh. Was war das? Lass mal raten. Kommt irgendwo der Dicke wieder. Da, Batterie. Ja, hier müssen auch viele Batterien sein. Kein Wunder. Kann man irgendwas an Seite schieben? Man kann. Ist hier in den Spind. Okay. Ne, ne, da ist alles zu. Hier ist auf jeden Fall ein Spind. Alles voller Spindel. Da ist da wer. Ist zu. Ich werd hier irre. Ist das ekelhaft. Da, da steht der, da steht der, bleibt wo du bist. Toll. Wer ist denn jetzt los? Ja, hau doch ab, ey. Tja, und jetzt? Und jetzt? Und wo und jetzt? Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass er jetzt mal weiter geht. Macht er aber nicht. Weil wir wissen jetzt auch nicht, ob wir losrennen würden, ob rechts oder links, ne? Das ist ja... Mit Sicherheit nach links. Nächste Batterie ist alle. Dann müssen wir irgendwie loswerden. Dann müssen wir umrennen. Dann müssen wir locken und dann muss man loswerden. Glaube ich. Ja. Dann müssen wir vorbei. Ist das denn schön? Ja. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich hab gesehen, Hilfe. Geh weg. Okay. Also, da langweil doch verkehrt. immer aus einfach aus doch ist gar nichts passiert das hier um neben allem stimmt und reißte die tür auf jetzt wo ist er denn hier bin ich denn vorhin in den zweiten stadt gekommen hier ist man die schöne akte ja ja na klar projekt paper clip projekt paper clip bietet möglichkeit spezialisten aus stelle blablabla blablabla und projekt 63 ist in erster linie ein verhinderungsprogramm mit großen nutzen ziel des programms ist bestimmte ausreichende deutsche spezialisten den vereinstaaten zu beschäftigen die durch verhindern dass die potenziellen gegner arbeiten ja toll das war natürlich sehr interessant sehr interessant auch für mich das immer wieder lassen wir das der ist doch weg ich mache jetzt die tür auf sesam öffne die sowas auf wo bist du ja ich sehe ich sehe aber nichts Machen wir Licht an er rennt er doch rennt er er rennt er doch schnell ich werde den gar nicht los ich werde den nicht los Ich kann nicht, ich schabelt nicht, ich komm nicht weg. Ich möchte grünen. Wieso bin ich denn eh auf die Idee gekommen? Das ist die Spannung, man kann nicht klar denken. Nur dümmlich hüpfen. Das heißt, die Sau hat die ganze Zeit da gewartet, vor dem Spind. Ja, anscheinend. Oh, wird immer schwieriger. Immer schwieriger, naja, schwierig war das nicht. Hab immer vernünftig nachgedacht. Oh. Ja, hüp. Das war nix. Komm mal. Sehr gut. Follow the blood. Ja, schön, wir sind mal da. Das ist ja was ganz neu. Ja, dann folgen wir mal dem Blut. Ja. Ich freu mich. Ich freu mich. Das ist doch erzutig. Ja, so ein Rödelmeier an der Tür. Hey, der Rotenwandfall der Zeit nachher. Ich weiß, es ist trotzdem, zumal mal checken, ob die Tür offen ist, oder? Sicherheitshause, die Batterie. Nein, wir sind da weg. Die Welt. Sie sind schön ist. Da war doch einer, ich hab'n Geräusche, die da. Ja, da sind doch überall Geräusche. hier ist wieder alles kaputt am rand entlang das heißt nicht hallo am kopf schmucken jetzt guten sprung hinlegen aber wenn wir runter fallen gibt es ärger jetzt haben wir doch den grad so schön gefunden ich will nicht wieder verhauen werden bitte wenn er weg ist ich habe angst wenn du da so runter hängst er sich an die Füße unterzieht oder so daß nicht meinst du ja ich weiß nicht ich traue dir mittlerweile alles zu da ist aber harmlos aus ja ja so wie der gerade gegen die tür gehämmert hat naja okay will auch raus wollte ich auch und wieder auf da das verzweifelt da nützt nichts jetzt müssen wir hier machen okay also warte schon der nächste oder der ecke nee hier ist nichts da atmet aber schon wieder so bescheuert scheiße was war das ist das für eine scheiße wo mich dann noch gefallen schaust du diese melodie was für eine melodie du meinst der ist das denn da ach das nach draußen draußen kommt man da irgendwie hoch guck mal wenn man da auf die betten geht ja wir sind ja runter gefallen also denke ich mal dass wir wieder hoch wollen oder